Es geht darum, dass wir alle ein bisschen unsere eigenen Medienblasen legen und unsere Nachrichtenblasen. Und jeder hat so seine Meinung und die Algorithmen verstärken die noch. Und es fällt immer schwer, da miteinander zu reden, ohne sich an die Gurgel zu gehen. In manchen Fragen ist leider immer mehr so. Und wir sollten wieder mehr zurückfinden, wieder normal, sachlich und mit Rücksichtnahme und menschlich miteinander umzugehen und auch zu diskutieren. Ist auch wichtig. Ganz wichtig, der Diskurs von den letzten Jahren. Und jetzt bin ich so ganz wahr. Ich bin so ganz wichtig, der Diskurs von den letzten Jahren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.